Hohoho! Pünktlich zur Vorweihnachtszeit bieten Aldi Nord und Süd ab dem 25.11. den Gaming-PC Medion Eraser Hunter X25 in ihrem gemeinsamen Onlineshop an. Beim Preis von 2.500 Euro sollte man auch in der aktuellen Situation schon einiges an Ausstattung und Leistung erwarten können. Ob Aldi diese Erwartung erfüllen kann, das schauen wir uns jetzt mal an. Als CPU setzt Medion auf den AMD Ryzen 9 5900X mit 12 Kernen und 24 Threads. Alleine dafür muss man momentan mindestens 524 Euro auf den Tisch legen. Auch das Mainboard ist kein Billigmodell, sondern das MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi für rund 183 Euro. Aber jetzt zur spannendsten Frage, nämlich welche Grafikkarte drin steckt. Es ist die NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti mit 8 GB Videospiecher. Deren Leistung reicht problemlos für flüssiges wie QHD Gaming mit höchsten Grafiksettings. Hersteller und Modell der Karte gibt Medion allerdings nicht an. Aber zum Vergleich, die günstigste aktuell verfügbare 3070 Ti liegt momentan bei satten 1200 Euro. Auch von der verbauten MVME SSD ist außer der Kapazität nichts bekannt. Die ist aber mit 2 TB wirklich ordentlich. Auch RAM-mäßig ist der Eraser Hunter X25 sehr gut bestückt. Und zwar mit 32 GB Kingston HyperX Fury RGB-Regeln, die mit 3200 MHz takten. Hier hätten es zwar auch gerne 3600er Module sein können, aber das ist jammern auf hohem Niveau. Achso, es wäre übrigens jammerschade, wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt. Denn ihr wollt doch sicherlich keine News-Tests und Tipps zu PC-Hatware an Co verpassen, oder? Also, gleich mal Abo-Button und Glocke drücken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dankeschön und weiter im Text. Wie schon bei einigen Vorgängern kommt auch beim X25 die All-in-One-Wasser-Kühlung AlphaCool Ice Bear 240 zum Einsatz, bei der Medion die zwei nicht beleuchteten 120-mm-Lüfter gegen die ARGB-Modelle in Windsor-Touren ausgetauscht hat. Und wie bei den betreffenden Vorgänger-PCs fragen wir uns auch diesmal, warum der Hersteller nicht gleich auf die RGB-AIO AlphaCool Ice Bear Aurora setzt. Denn die wäre sogar etwas günstiger als die von Medion verbaute Kombi. Zumindest im freien Handel. Auf Markenqualität setzt Medion auch beim Netz teil. Denn bei dem handelt es sich um das vollmodulare 80-plus-gold-zertifizierte Seasonic Focus GX750, das mit 750 Watt genug Power für dieses System liefert. Ein amtlicher Gaming-PC muss natürlich auch in einem stylischen Gehäuse stecken. In diesem Fall in einem Case, das auf dem Inwin 101 bzw. 103 basiert, aber eine Medion-exklusive Frontplatte mit RGB-beleuchtetem Eraser-Logo besitzt. Ein Betriebssystem setzt Medion auf Windows 11. Und das, obwohl die neueste Windows-Version auf Ryzen-CPUs trotz einiger Patches von Microsoft und AMD noch nicht optimal läuft. Zum aktuellen Zeitpunkt müsstet ihr einen Downgrade auf Windows 10 machen, um das Maximum aus der CPU rauszuholen. Kommen wir zum Fazit. Der Medion Eraser Hunter X25 ist sehr gut ausgestattet und unter Berücksichtigung der aktuellen Marktlage vergleichsweise günstig. Denn wir haben den PC mal nachkonfiguriert, Link in der Videobeschreibung, und wenn man die Komponenten einzeln kauft, liegt man rund 200 Euro drüber. Nicht zu vergessen, Aldi bietet traditionell auch noch drei Jahre Garantie. An der Konfiguration an sich könnte man natürlich aus Preis-Leistungssicht kritisieren, das Median bei der CPU nicht auf den etwa gleich schnellen, aber günstigeren Intel Core i7-12700K setzt. Und bei der GPU hätte auch die klassische RTX 3070 statt der aktuell rund 200 Euro teureren TI-Version ausgereicht, denn wie sich in unseren Tests gezeigt hat, ist die nur wenige Prozentpunkte schneller. So gesehen ist es dann doch wieder möglich, einen fast gleich schnellen PC für weniger Kohle selber zu bauen. Erst recht, wenn ihr die Kosten für die Windows 11 Lizenz rausrechnet, weil ihr vielleicht noch einen Windows 10 Key von einem alten kaputten PC habt. Auch den Link zu dieser Konfig findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Wie ist eure Meinung zum Median Eraser Hunter X25? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, gebt mir gerne ein Like und bis zum nächsten Mal. Ciao!